hallo meine lieben da bin ich schon wieder mit einer neuen karte für euch diesmal machen wir eine dinlan hochzeitskarte ich habe mir die hintergrund stanze von action genommen und die aus dem design papier marmut optik von action gestanzt und ein zweites mal aus transparent papier jetzt messe ich mir aus wie groß meine karte sein wird oder sein muss um das ganze auch ja zu zu halten und zwar habe ich hier 10,5 x 21 cm das heißt 21 x 21 cm zurecht geschnitten als quadrat das ganze in der mitte gefalzt bei 10,5 cm und dann meine gestanzten hintergründe draufgelegt ich habe gedacht mir ist das ganze ein bisschen zu langweilig also habe ich das action aquarellpapier in der mitte ein bisschen mit wild honey und einem blending brush eingefärbt das ist relativ schlicht gehalten wasser drauf gespritzt das ganze ein bisschen einwirken lassen mit einem trockenen mikrofasertuch aufgenommen und schon hat das ganze ein bisschen struktur natürlich war mir das ganze noch ein bisschen zu langweilig also habe ich noch die metallic farben vom action genommen und mir den metallischen kupferton genommen und dann mir spritzer gesetzt beim ersten mal habt ihr gesehen das war die konzentration des wassers zu wenig also kann keine spritzer noch mehr wasser rein das ganze verteilen und spritzen das ist mein großer hebelschneider ich habe ja genau ich habe meine hintergründe noch angepasst ich habe festgestellt dass das action aquarellpapier gar keine 21 cm tiefe hat sondern 20,8 also musste ich meine stanzen auch etwas kürzen auf jeweils 10,4 cm breite immer sozusagen links und rechts jeweils ein bisschen was weggenommen so ein halber millimeter das was ich natürlich weggeschnitten habe wird entsorgt das behalte ich nicht das transparentpapier klebe ich oben auf das marmorierte dafür benutze ich mein klebestift denn ihr wisst ja ich nähe gerne meine sachen das heißt da darf kein doppelseitiges klebeband runter oder ähnliche klebestoffe die meine nadel dann hinterher zerstören oder verkleben mit dem klebestift funktioniert das ganz gut das hat so über die jahre die erfahrung gezeigt dass das einzige klebemittel was hilft ich habe das vernäht mit weißem nähgarn und mit meiner prickelnadel habe ich denn die fäden wieder nach hinten gezogen mit einem dünnen streifen transparentpapier habe ich das ganze fixiert und da hatte ich irgendwie einen kleinen überstand nachdem ich das ganze angenäht hatte das habe ich jetzt von hand mit der schere nachgeschnitten das ganze dann jetzt noch auf den kartenrohling aufkleben hier habe ich die größeren flächen und auch den rand sogar die kleinen dünnen streifen also aber auch natürlich nur das designpapier die rückseite des designpapiers mit kleber eingestrichen das transparentpapier liegt also locker oben drauf aber es ist fest durch das nähen der nähmaschine wenn ihr natürlich keine nähmaschine habt dann könnt ihr auch den rahmen von außen mit flüssig klebeband mit flüssigem kleber ankleben es kann sein dass es ein bisschen durchschimmert aber es ist in der regel nicht so tragisch in der mitte wird halt schwieriger und da habe ich gedacht ich klebe das besser nicht auf dann lasse ich dann halt diese lockere phase habe das ganze jetzt ein bisschen beschwert und an die seite getan hier seht ihr das stempelmotiv was ich mir ausgesucht hat habe und zwar ist das von karchen und also charlie und paulchen so war das dieses clear stamp set gibt es leider nicht mehr ich habe das auf aquarellpapier von gerstecker auf so einem reststück gestempelt und zwar mit einem distress stempelkissen ich habe mich an der norline coloring technik versucht und dachte bevor ich mir jetzt ein figürchen oder ein ein tierchen oder ein menschen nehme probiere ich das ganze doch mit einem gegenstand und in dem fall hat das ganz gut gepasst ich habe meine distress ringka palette geschnappt und angefangen das ganze zu kolorieren distress stempelkissen sind wasserlöslich das heißt wenn ihr mit dem wassertankpinsel an die kanten kommt dann verwischt das ganze ein bisschen was in dem fall auch gewünscht war ich habe mit grau angefangen und habe dann die linien nachgezogen bisschen schatten gesetzt erst in den glasfronten oder glasscheiben dann hier später in diesem ausdämpfen wie auch immer man bezeichnen soll dann habe ich hier noch ein bisschen das fändchen schattiert die metallteile vom auto stoff stange und seitenelemente und dann habe ich mir noch das auto selbst ein bisschen schattiert ich meine ich wollte das im grunde weiß lassen aber weiß ist ja nicht gleich weiß auch weiß hat schatten und grau stufen deswegen hier so ein bisschen schattiert bisschen stärker zum teil das müsste auch schon mit schwarz gewesen sein hier habe ich dann schwarz konzentriert genommen um die reifen schwarz einzumalen das gestempelte braun hat mir überhaupt nicht zugesagt und das wiederhole ich so lange bis ich dann mit dem mit der intensität des schwarzes zufrieden bin habe mir auch die denn das metallic stempel das metallic aquarell pötchen genommen und habe dann jetzt den gleichen kupferton den ich vorhin für meine sprinkler verwendet habe für die herzchen genommen und auch für die bänder die jetzt sozusagen diese herzchen festhalten die habe ich einfach mit dem aqua mit der aquarell farbe nachgezogen und dann wollte ich das ganze ausschneiden das habe ich glaube ich nicht vor der kamera gemacht nein habe ich auch nicht und ich muss auch dazu sagen ich habe vor nicht vor der kamera noch ein paar sachen gestanzt ich habe die straße in der hand festgehalten und habe mir gedacht cool straße von von den slimline stanzen die passt auch super zu meinem auto aber eine straße wirkt so verloren also habe ich mir dazu auch noch einen hügel und einen kleinen wald gestanzt da sind alles borduren stanzen aus den aktuellen slimline serien vom action die straße alleine fand ich auch irgendwie nicht nicht wirksam genug also habe ich dir auf weißes papier geklebt die straße selbst ist aus spiegelkarton bzw aus meiner schoko verpackung gestanzt das weiße dahinter ist einfach tonpapier ich habe jetzt die schichten jetzt miteinander verklebt und schneide mir dann sozusagen den überstand ab also ich gehe an meiner kante die ich mir vorher sozusagen zurechtgelegt habe übrigens habe ich das weiße einfach mit der straßen stanze mir aufgemalt ich habe die einfach die außen linie genommen von der stanze und habe das auf mein weißes tonpapier übertragen mit bleistift und dann von hand und schere ausgeschnitten damit das ganze natürlich fest sitzt habe ich flüssigkleber verwendet und reichlich und gleich passiert mir auch ein fehler auch das habe ich im video gelassen ich klebe es auf und dann denke ich okay sie gut aus mache meine karte auf und das ist auf der falschen seite haha natürlich das ganze wieder schnell abgelöst das ist der vorteil von flüssigkleber ihr habt noch etwas zeit zum rumspielen habe dann restkleber mit meinem mikrofasertuch schnell aufgesammelt und ich muss sagen obwohl mir das fehler passiert ist die karte klebt hinterher nicht mehr noch mal reichlich kleber gesetzt jetzt auf der richtigen seite aufgeklebt und beschwert für die sprüche habe ich stanzen von tonic studios verwendet und ich habe noch ein alphabet dass ich gestanzt habe hier nehme ich den nouveau shimmer pen und mache noch die fenster glitzernd ich habe auch wolken aus den slimline action stanzen sets gestanzt teilweise aus aquarellpapier und teilweise aus transparentpapier das auto wird jetzt mit hilfe von pappe auf meine karte gesetzt und von da aus kann ich mich orientieren wie ich das ganze aufteile die buchstaben das und zeichen und glückwunsch zur hochzeit hier auch wieder mit doppelseitigem klebeband und mit flüssig kleber arbeiten den überstand von meiner karte habe ich jetzt hier mit der schere nachgeschnitten das gefällt mir nicht so hätte ich früher später sowieso gemacht aber okay jetzt bin ich natürlich nicht wirklich gut zu sehen ich habe noch die kanten angeklebt bzw die haben sich zum teil angelöst deswegen habe ich jetzt die klammern zu hilfe genommen um das ganze stärker zu drücken bevor ich mein auto aufklebe habe ich nylon faden genommen um ein bisschen mehr struktur und ein bisschen tiefe und ein bisschen der sag mal interesse auf die karte zu setzen ich verwende sonst sehr viel nähgarn und hier durch die transparenz des hintergrunds dann transparent papier in den wolken fand ich dass der nylon faden eigentlich so von der von der farbe her ziemlich gut passt die wörter und sprüche habe ich jetzt nur mit flüssig kleber angeklebt da sind einfach die flächen viel zu klein da kann man mit doppelseitigem klebeband nicht viel erreichen und man würde es definitiv durchsehen oder man müsste dann sehr kleine streifen schneiden und selbst für mich ist diese frimmel arbeit zu viel aufwand dann habe ich die sprüche so wie ich sie gerne haben möchte angedrückt dann die wolken ein bisschen angeordnet und geguckt wo ich den platz dafür habe und dann habe ich mir gedacht die buchstaben sehen hinter dem auto super aus ich habe noch ein bisschen rumexperimentiert wo genau ich die setzen möchte hier ist das graue distress stempelkissen parmesan genau das muss jetzt mal nachgucken damit habe ich meine wolken am rand eingefärbt und auch dadurch wirken sie schon ein bisschen interessanter und nicht so langweilig kleben meine buchstaben und mein end und zeichen ich glaube das und zeichen müsste aus dem action set sein und die buchstaben die werde ich euch natürlich in der infobox verlinken das sind pinkfresh studio kelly alpha lowercase dies die sind nicht gerade günstig aber die haben wirklich ein schönes herzmuster mit drin und ich gerade große buchstaben finde ich schon klasse wenn man sowas hat dann kann man alles personalisieren was man so verschenkt wie in dem fall diese karte da sind natürlich die initialen des brautpaars hier arbeite ich wieder mit flüssig kleber ich habe die wolken einfach aufgeklebt direkt auf das papier bzw auf meinen hintergrund und ich habe mich entschieden auch rechts ein teil der wolke raus gucken zu lassen den überstand habe ich mit der schere abgeschnitten dann habe ich gemerkt dass die fahne von dem auto noch ein bisschen locker rumschwirrt also habe ich dir auch noch mit angeklebt und eigentlich dachte ich bin ich bin so in sich zufrieden und dann habe dachte ich okay irgendwie fehlt mir ein bisschen an deko an sich ist die karte ja schon schlecht aber ich habe mich trotzdem entschieden noch ein paar pailletten mit einzuarbeiten ich habe hier die kick glitzer flache pailletten genommen die ich ja jetzt euch auch im hole gezeigt hatte ich finde super klasse also im moment habe ich echt spaß damit zu arbeiten und dadurch dass ich sie so in so vielen farben habe habe ich hier sogar auch welche in weiß irisierend für die hochzeitskarte dabei gehabt und die halt benutzt vom teddy habe ich diese also eigentlich weiße halbperlen mit ich weiß nicht wie man es genau so nennt mit geschliffene steinchen die sind in verschiedenen größen ich habe jetzt hier der form die kleineren benutzt beziehungsweise drei größen von jeder größe eine ja und dann später habe ich gedacht okay wenn wir schon sozusagen die karte fertig haben wir können auch passend mit demselben stempel motiv ja auch ein umschlag machen und die innengestaltung möchte ich euch halt auch mal zeigen ich habe aus transparent papier ecken geschnitten und diese auf mein marmor die hintergrundpapier aufgeklebt und vor allem genäht damit man platz für die geldscheine für das geschenk selbst quasi hat auf dem umschlag habe ich das gleiche stempel motiv gold im bost und so hat man ein schönes set der spruch ist natürlich auch direkt ausgedruckt und über dem spruch hatte ich ja die namen des brautpaars ausgeschrieben dafür habe ich ein embossing stift verwendet und auch mit dem gleichen goldenen embossingpulver das ganze embost das war es auch schon zu der karte ich hoffe es gefällt euch dass es auch diesmal nicht so lang das video das ist eine relativ einfache karte für meine verhältnisse ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde sagen bis zum nächsten mal tschüss